Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Minecraft Story Mode weiter und heute suchen wir nach dem Geheimversteck des weißen Kürbises, welches eventuell hier irgendwo sein könnte. Eventuell. Genau wissen tun wir es nicht. Es war sehr schön, wenn Ivor so aufsteht. Ich dachte nicht, dass er es in ihm hatte. Ja, dieser Mann kann mich immer noch etwas überraschen. Entstanden. Ich denke, dass es viel mehr gibt, als die Augen. Okay, well Ivo, wir kommen zurück. Ich will nicht den poor Lukas in diesem Kloset für zu lange. Ich hoffe sehr, dass er jetzt nicht mehr dahinter steckt. Ich mag Ivor. Irgendwie. Er ist ein lustiger Typ. Kann man, glaube ich, mal so sagen. Hust, hust. Dan, ich weiß, dass du innozentig bist. Aber du bist noch ein Suspekt, Stampy Cat. Ich habe ein paar Fragen. Geräusche? Wo warst du, als der Schuss mit dem weißen Pumpkin passiert? Ich... Ich will nicht sagen. Oh, komm mal, Stampy. Du machst dich nur mehr schuldig. Wo warst du? Okay, ich sitze in einem Körner, mit mir zu spüren. Es schließt mich. Mhm. Okay, ich lasse euch an. Das klingt gut. Wirkt nicht sehr überzeugend. In irgendeiner Ecke und... naja, gut. Lassen wir das. Was willst du? Ich bin ziemlich aggro, um den Lukas zu kümmern. Sieht ein bisschen schuldig. Nicht näher so schuldig wie Lukas. Wo warst du, als ich den weißen Pumpkin schenkte? Ich mache Kucke. Ich bekomme einen Schmerz, wenn ich nervös bin. Geh nicht irgendwo, Stacy. Klar. Also im Endeffekt haben wir jetzt noch Stacy und ihn hier als verdächtigen. Ja, sehe ich doch richtig. Ich glaube ja irgendwie schon. Hm. Stacy war bislang sehr im Hintergrund. Dementsprechend könnte es natürlich gut sein, dass tatsächlich irgendwas mit ihr ist, aber naja. Das schöne Gemälde. Naja, das ist bestimmt hier hinter der Mitte, oder? Wir gucken uns trotzdem erstmal noch das andere an. Hm. Schöne Winterlandschaft. Na ja, hätte ja sein können. So, und was ist hier mit? Hm. Ja, welche Überraschung, wenn ich dagegen schlage, oder? Ja. Wow, ein weiteres Geheimnis. Geheimnis. Wer hätte es gedacht? Okay. Rahmen. Geheimtür. Hm, hm. Nein, sehr lockt. Na ja, das sieht sehr hervorragend. Ich frage mich, welche Ordnung diese müssen, um zu sein. Na ja, vielleicht die Anordnung. Nehmen? Wie nehmen? Ich dachte, er muss ja draufdrücken, oder so. Also ich hätte jetzt gedacht, so die Reihenfolge, die wir jetzt erlebt haben. Also, Pfeil, Sandblock, Spinnen. Ähm. 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 Pfeil platzieren. Ach so, dementsprechend, packen wir den Pfeil nach links. Also, damit es von links nach rechts hin ist. Okay. Ja, sieht gut aus. Okay. Dann packen wir das Spinnen-Dingens also hier hin. Ja. Und den Sandblock packen wir in die Mitte. Was für ein tolles Rätsel. Da geht's. Super. Sesam, öffne dich. Und zeige mir den richtigen Weg. Oh, wow! You got it open! Yeah. You guys should stay here. It could be dangerous. No! I totally want to follow you in your friend's creepy secret passageways. Ugh. Seriously? You really think Lucas did it? You haven't proven that he didn't yet. Technically true. Petra, let it go, okay? They're just scared. Fine. But if she says something like that again. Yeah, I really wouldn't want to be there for that. Come on. Wow, that is deep. Guess it leads down to whatever the white pumpkin calls home. I wonder how he gets down there. Maybe in addition to walking through walls, he can fly for all we know. Ugh! It's just... I'm really worried about Lucas. Those people think they're all safe, but the white pumpkin is still running around and he could strike again at any minute. Not to mention, all those people back there have been so ungrateful, so petty. That's was Stichwort. Ugh! It's just so frustrating. Petra, don't worry. We're gonna stop the white pumpkin, way before he can hurt anyone else. It's gonna be fine. You're right. I know you're right. Ugh! Sorry, Jessie. I just really needed to get that off my chest. We're gonna get through this. Let's start by figuring out how we're gonna get down there, huh? You know the drill. Well, what have you got in your inventory? Did you have all those wood blocks? Ähm. Sorry. I was Whitling earlier. Nervous habit. Well, luckily, those should do just the trick. Are you thinking ladder? Yeah. Gonna need a lot of them. I'll race you. You're on. 3, 2, 1. Go! So. Ähm. Stock. Wie war das nochmal? Ich glaube... So. Und dann... So, oder? Ja. Done. Don't... Oh, Mann! Danke. Ich brauchte das. Okay, wir haben viel mehr davon zu machen. Die wehre. Sie Prime. Du, 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 du... Dö, du... Dö, du... Okay, das ist 1 hin. Einmal mehr zu gehen. Na komm, du machst das, Jesse. Da unten ist irgendwann kein Licht mehr, ne? Habt ihr auch an Fackeln gedacht? Vermutlich nicht. Irgendwie hab ich Angst. In dunkle, tiefe Löcher hinabzusteigen ist nicht unbedingt eines meiner liebsten Hobbys. Ich hab übrigens die ganze Zeit Angst, dass das Spiel sich wieder unterwegs irgendwo aufhängt. Die Erfahrung haben wir schon aus den vergangenen Episoden gemacht. Aber, na gut, noch scheint irgendwie alles okay zu sein. Bin mal gespannt, ob das aber tatsächlich so hält. Unheimlich. Das könnte sich schnell als Falle entpuppen, oder? Gehen diese Gitter hier weg? Ich hoffe nicht. Ah, Petra? Zombie-Spawner? Was zum Teufel? Was in der Welt ist das? Schau, ein bisschen wie ein Zombie-Spawner. Wird das, dass das weiße Pumpkin tatsächlich das See von Zombies draußen gemacht hat? Das ist so, wie es aussieht. Würde zumindest erklären, warum es so viele plötzlich draußen waren, ne? Interessant. Wusste ich gar nicht, dass man sowas machen kann. Aber in Minecraft kann man anscheinend alles machen. Der Kram von den Leuten. Das Beutebecken. Aha. Ich denke, das ist, dass die Leute's Sachen rauskommt, nachdem die Hopper auf der Strecke sie rauskommt. Sie sind richtig. Ich denke, das ist Lizzie. Okay. Aber wo ist die Lüte, die von hier rauskommt? Hoffentlich bis zum Wunschwunsch. Lichttunnel. Du siehst, die Licht aus dem Tunnel rauskommt, nicht wahr? Oh, ja. Und es sieht einfach aus, wie es blockiert ist, wie alle die Zombies veröffenten. Wenn wir da kommen, können wir da kommen. Ich denke, wir können die Lüte, woher es geht. Das ist großartig. Schön, gut. Wie willst du da kommen? Du gehst ein bisschen Dirt, Petro. Wir gehen auf den Klammern. Yay, Trecker bauen. Was man halt als erstes macht, wenn man irgendwie irgendwo hin muss. Okay, ich denke, wir können von hier runterkippen. Mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Petra. Oh, Petra. Ja, du hast es geschafft. Oh, das war fast schmerzend. Danke, Jesse. Kein Problem. Ich hatte jetzt kurzzeitig ein bisschen Angst um sie. Weiß auch nicht warum. Weird. Das klingt fast wie... ...Katzen? Was ist hinter der Ecke? Es ist nur ein bisschen... ...Growing Station. Weird. Das Pumfchen muss uns haben. Ah! Stampy Cat? Boy, du hast mir eine Fright. Was machst du hier? Was machen wir hier? Ja, das sieht sehr schrecklich aus. Ja, das ist. Es sieht aus wie wir dich in den Akt, White Pumpkin. Nein! Nicht ich! Das ist nicht ich! Ich war nur interessiert. Komm schon, ihr Leute. Ich kann nicht sein, der White Pumpkin. Ich bin Stampy Cat. Ich bin kein Verlager. Huh? Ich musste dich finden, weil ich etwas wichtiges zu erzählen habe. Ich habe etwas zu verabschieden. Ich habe etwas, was ich nicht jemandem gesagt habe. Wo geht's das? Ja. Ich habe es von Dan verloren. Es war nur ein Verlager, ein Verlager, aber dann... Du hast gesehen, was passiert. Wow. Wer hätte gedacht? Ich wusste, dass die Leute es wollen, aber ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Es ist schrecklich. Wow. Stampy Cat mit dem Flinten und Steele. Ich habe das nicht gesehen. Definitiviertes. Ich weiß. Und das ist deshalb, ich musste es ein Geheimnis halten. Ich könnte ein Fief sein, aber ich bin kein Verlager. Aber der White Pumpkin ist, und er hat Menschen zu tun, und jetzt sind wir in seiner Lähe. Ich dachte, vielleicht sollte ich es nur an den White Pumpkin geben geben. Was? Vielleicht würde das alles aufhören. Vielleicht? Ich denke, du soll es zurückgeben zu Dan. Es ist nur fair. Ja, ja, du bist recht, das ist besser. Das wäre wie ein Läherdor, wenn ich einen gesehen habe. Oh, wow. Sehr schrecklich. Ich würde das nicht in meine Top 10 Pläne, in denen ich nie bin. Na ja, da ist es, woher die Meowingen kommen. Keine Angst. Wir werden hier raus, wenn wir etwas finden, das die Identität der White Pumpkin prüfen wird. das die Identität des Weißen Kürbisses beweist. Das die Identität des Weißen Kürbisses beweist. Das die Identität des Weißen Kürbisses beweist. Hier ist extrem viel Kram, den man untersuchen kann. Oh, die kleinen süßen Kätzchen. Na gut, die gucken wir uns vielleicht ganz am Schluss an, wenn das Spiel uns lässt. Portal Bibliothek. Let's see here, Legend of the World, Portals, basic portal theory, Portals and you. Wow, they're all about portals. That's pretty obsessive. Walking among the Endermen. By Soren. How did that get here? Die Literatur stammt aus den verschiedensten Welten. Epochene, die ist fast zuerst gesagt. Nein, aber aus den verschiedensten Welten. Ist hier ein echter Portalgänger am Werk, der weiß, was er tut. Patrick, haben Sie das gesehen? Das ist die Portal Halle. Ja, es sieht aus, dass die White Pumpkin auch da waren. Das ist das, was wir am Ende von Episode 5 gesehen haben. Wo wir uns befanden. Oh nein. Ich wünsche, dass alle Dinge geklebt werden. Ah, die armen Menschen. die Herze allerliebst. Wofür ist der See? Nur damit's schön aussieht. Ich bin ehrlich mit dir. Ich bin ziemlich Angst vor Lukas. Wenn das weiße Pumpkin nicht hier drin ist, muss er immer noch nach oben sein. Und ich dachte, dass ich okay war, weil ich schlau und keine Emotionen fühlte. Aber ich beginne zu verwenden, dass es eigentlich ein Schock war. Keine Angst, wir werden es groß öffnen. Es gibt nichts, das ich kraftieren kann, das mir helfen kann. Noch nicht. Ich denke, dass dieses Schock sollte... Oh, ja, wir haben Stücke. Was anderes? Oh, wow, Enderpearls. Schau, das muss wohl sein, wie das weiße Pumpkin auf dem Elevator-Schaft. Sieht aus wie ein typischer Spannungsstand. Es muss wohl sein, dass das weiße Pumpkin die Kugel, die den Torx-Dog zu töten. Lissi sagte nicht, dass sie auch Cassie und Stacey zeigte, wie sie zu machen? Oh, ja. Ja, sie hat es. Sie sollte ein bisschen String von diesen Cobwebs bekommen. Es geht perfekt mit den Stücken, die ich gefunden habe. Ach so. Ja, wenn das so funktioniert, dann funktioniert das wohl so. Das Kugel ist definitiv wichtig. Okay, Kugel, Kugel, kannst du aus dem Weg, bitte? Ich muss in den Kugel kommen. Oh. 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 Ich sollte entscheidend eine Angel bauen. Okay. Ich glaube, ich habe noch nie in Minecraft eine Angel gebaut. Absolute Premiere. So, dann machen wir also so und dann so. Und bing. Oh, um einen Fisch zu bekommen. Die Kater lieben Fisch. Ja, und ich sah einen in der Pohnen, der perfekt ist. So, lustiges kleines Minispiel-Incoming. Wie man es nennt. Ich darf die ganze Zeit auf den X-Knopf hämmern. Wow, ein schöner Kater, Jesse. Danke. Ich hoffe, dass der Kater das liebt. Es ging fast, fast als Minispiel durch. Aber auch wirklich nur fast. Okay, ich glaube, wir gehen in die heiße Phase über. Aber dementsprechend, ich weiß halt nicht, wie lange es noch geht. Das ist so schrecklich und schlimm. Und jetzt sind wir ja wieder bei knapp 20 Minuten angelangt. Dementsprechend ist die Gelegenheit gut, um eine weitere Pause einzulegen. Vielleicht erfahren wir beim nächsten Mal, was die olle Katze da die ganze Zeit bewacht hat. Vielleicht erfahren wir auch beim nächsten Mal, wer der weiße Kürbis wirklich ist. Und vielleicht werden wir schon beim nächsten Mal diese ganze Episode beenden. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, mal gucken. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.